Netflix! No, Netflix! Ich weiß nicht, was gerade im Internet passiert, aber ich komme heute seit langem wieder mal online, so, und ich sehe alle spielen, äh... Harry Potter. Was ist denn hier passiert? Liebe Leute, wieso spielt auf einmal jeder Harry Potter? Mein Gott! Ähm, ja. Es gibt einen neuen Song von XCHO und Ramil. Und diesen Song möchte ich sehr gerne mit euch zusammen anhören. Es tut mir leid, dass dieses Video so spät kommt, ja. Es tut mir wirklich leid. Ich habe mich jetzt so ein bisschen von YouTube zurückgezogen, weil ich anderweitige Probleme habe, die ich lösen muss. Und ich hoffe, diese Probleme können gelöst werden. Ansonsten, danke, dass ihr all die Jahre mit mir dabei wart. Danke, dass ihr mit mir zusammen sehr viele Songs gehört habt. Äh, es hat wirklich sehr viel Spaß mit euch allen zusammen, äh, gemacht. Und ich hoffe, wir werden noch eine glückliche Zeit haben. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen reisen und ein bisschen, äh, andere Videos machen. Hoffentlich. Ähm, ja. Okay. Wir hören uns aber erstmal diesen Song ab. Ich bin mal gespannt, ob das ein trauriger Song ist. Ich hoffe nicht. Bitte. Ich will heute nicht weinen. Wir hören uns, äh, noch ein bisschen, äh, dass wir uns nicht mehr überlegen, dass wir uns nicht mehr überlegen. Ich will meine Träplen und zurückkehren. Ich glaube, ich bin in dieses Glück, ich glaube, alle zu zlo. Du mein liebiges Parish, nicht so gut, wie du hast. Ich habe den Boden, nicht wusste, wo du dich verletzt. Ich will dich dich verletzen, bis alles klar ist. Deine Fantasie ist schön, die Tag nach Nacht. Die Tag nach Nacht, die Welt, 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 die Welt. ein song der gerade mir das herz mehr öffnet also keins ich finde den song nicht traurig für mich sehr gut emotionaler song der so ein bisschen die seele öffnet cool nicht gut sehr gut atmosfere Musik Musik Das kann doch nicht wahr sein. Warum ist dieser Song so kurz? Warum? Was ist denn los in letzter Zeit? So ein richtig schöner, emotionaler Song, der gerade so ein bisschen anfängt, meine Seele aufzumachen. Ich fange an gerade zu leben und der Song ist schon zu Ende. Schade, aber ein sehr geiler Song. Gute Atmosphäre. Emotional. Ramil hat eine wunderbare Stimme. Ich habe, glaube ich, schon ein paar Songs von ihm gehört. Bin ich mir 100% sicher, dass ich schon ein paar Songs von ihm gehört habe. Aber XCHO muss man nicht drüber sagen. Der Typ ist einfach geil. Ja, ist einfach so. Bis Sonntag. Nächsten Sonntag. Tschüss. Ich habe gedacht, man kann darüber reden. Doch das Desinteresse zeigt mir, dass sie ein Fick darauf geben. Denn sie leben nach dem Lifestyle eines Künstlers und bewegen sich im Kreis, als hätten sie gar keine Sündigkeit. Eine YouTube-Ikone bestimmt ihr ganzes...